Hallo, ich heiße Maria, ich komme aus Bolivien, La Paz. Ich bin in der Schülerzeitung. Ich habe viele Hobbys, zum Beispiel Basketball spielen, schwimmen, mag man schlafen und faulen sehen. Aber ich mag auch Lesenbücher und auch Computerspielen. Ich denke, Computerspielen ist sehr gut. Und ja, ich denke, das ist alles. Hallo, ich bin Milenka, ich bin 16 Jahre alt und ich wohne in La Paz. Ich habe viele Hobbys. Eines von ihnen ist E-Mail schreiben und ich mag Lesen. Meine Lieblingssport ist Tennis und ich mag gern Musik hören. Hallo, ich heiße Lucia, ich bin 15 Jahre alt. Ich komme aus Bolivien und wohne in La Paz. Ich habe viele Hobbys, zum Beispiel Computerspielen, Fußball spielen, Fußball spielen, lernen, chatten, manchmal faulenzen und Texte schreiben. Ich heiße Jesenia, ich bin 15 Jahre alt. Ich komme aus Bolivien, in La Paz. Ich habe viele Hobbys. Ich habe viele Hobbys, zum Beispiel E-Mail schreiben, Basketball spielen, Basketball spielen, Basketball spielen, Basketball spielen, Basketball spielen und Schlafen. Hallo, ich bin Noelia und ich bin 16 Jahre alt. Ich komme aus Bolivien, in La Paz. Ich habe viele Hobbys, zum Beispiel Gitarren spielen, Basketball spielen, Chatten und manchmal meine Freunde treffen und auch lernen, lernen, lernen. Ich bin sehr artistisch.